Ah, das ist aber voll gemein! Okay. Kann das Ding die nicht angreifen? Ey, Dickerchen, das... Mein Weg! Ja, bum bum! Ah! Aha! Ich steuer euch gleich mal! Oh, erstmal Munition mitnehmen! Ah, das Maschinen-Ding ist weg! Das ist ja blöd! Also gut für uns, blöd für die! Weil die hätten damit auch gerne mal Bekanntschaft gemacht! Ich will da runter! Ich will hier nichts mehr machen! Das ist mir alles nicht geheuer! Unser dicker Kumpel ist da unten! Ah! Na gut, ne? Hm! Doktor Volotnikov! Vorschein! Ähm... Was hat Volotnikov denn jetzt schon wieder vor... Das ist eine gute Frage! Spielen wir jetzt Fang oder was? Wenn ja, möchte ich ja mal kurz nochmal speichern! Ähm, weil Fang ist immer so... Oh Gott! Aha! Das war's gut! Das war's gut! Das war's gut! Das war's gut! Jaaa... Jetzt... Was hat sich wieder zugeklaufen! Alles Teil des Plans! Hallo Volotnikov! Grüß Volotnikov! Grüß Volotnikov! Ähm... Ich kann das nicht noch weiter schieben. Aber ziehen kannst du. So. Kann man nämlich hier nochmal üben. Hmm. 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 wegpacken, wenn ich die einmal draufdrücke. Für die Munizum war es möglich. Du musst anscheinend wieder raus. Dann gehen wir raus. Oh. Ja. Deine Kumpels. Ich bin gerade ein bisschen beschäftigt. Ja, ich höre nicht. Ja. Ja, das trifft gut. Rot-Munition. Rot-Munition. Er hat anscheinend nichts verengelassen. Ein bisschen blöd, aber wir müssen mal machen. Ich wollte gerade sagen, wenn es mit Raten muss, ich muss es rausziehen. Ich bin schon dabei, Indy. Ich habe verstanden. So, jetzt gehen wir mal. Okay. Ist wirklich nichts drinne. So, es ist entdeutschend. Man kann schon schieben. So. Heißt, es ist abwärts? Kann ja nur gut enden. Und zwar mit mir wie Speicher. So. Indy 293. Benutzen wir mal den Hebel. Dann zieht das hoch. Super. Da sind wir dann nach oben. Mal schauen, was das jetzt gemacht hat. Ja. Oh Gott, hier geht's runter. Das wollte ich auch nicht sehen, um ehrlich zu sein. Damit hätte ich auch ohne leben können. Wenn einfach nichts drin gewesen wäre. Oh! Zieh sich einer das an! Schlüssel! Was hab ich denn? Vergemein von dir! Meinen Text zu klauen! Geht's wieder aufwärts! Ah, da ist... Schlüsselloch! Passt perfekt! Ich will verdammt sein! Sie hat sich geöffnet! Äh, bitte sei nicht verdammt! Ich hab das Gefühl, dass jetzt in so einem Zeitpunkt und Ort zu sagen, ist nicht gut. Könnte nämlich nur wahr werden! Ich glaube nicht, dass das die richtige Lösung ist! Sie bewegt sich nicht! Ah, die Heine! Von Zahnrad! Was? Passt! Die angegossen! Sie bewegt sich nicht! Ist aber blöd! fahren! Ja! 處4 Oder man ist aufwärts! Ha, monument! Ich kann nicht hoch